Patrick Storp mit einem fatalen Fehlpass, der eingewechselte Marcel Stutter geht dazwischen, der wird doch nicht, der wird doch nicht, doch der passt von der Mittellinie, überwindet Stutter den für den Spielaufbau weit vor seinem Tor stehenden Morten Behrens. Was für ein sensationeller Treffer. Für den 30-jährigen Routinier ist es das zweite Saisontor und mit Sicherheit eines der spektakulärsten Tore seiner Karriere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos. Bis zum nächsten Mal.